Hallo meine Freunde, wie geht's euch? Patrick hier und herzlich willkommen zu meinem Finesse-Schuss-Tutorial für FIFA 15. Heute zeige ich euch, wie ihr am besten Tore durch einen Finesse-Schuss machen könnt. Für weitere FIFA 15 Tutorials empfehle ich euch diese Playlist einfach auf den Bildschirm klicken oder dem Link in der Videobeschreibung folgen. So, wenn ihr einen Finesse-Schuss ausführen wollt, müsst ihr auf der Xbox Air B und auf der Playstation Air 1 während des Schussvorgangs halten. Mit dem linken Stick bestimmt ihr logischerweise die Richtung. Ein Finesse-Schuss ist ein angedrehter, auf Präzision basierender Schuss. Da er nicht auf Kraft basiert, solltet ihr ihn, wenn möglich, nicht in der Sprintbewegung ausführen. Falls ihr etwas über kraftvolle Distanzschüsse erfahren wollt, empfehle ich euch, mein Longshot-Tutorial anzuschauen. Wie immer, einfach auf den Bildschirm klicken oder alternativ dem Link in der Videobeschreibung folgen. Es gibt in Bezug auf den Finesse-Schuss ein paar grundlegende Dinge, auf die ihr achten solltet. Zunächst einmal solltet ihr sicherstellen, den Finesse-Schuss immer mit dem starken Fuß eures Spielers auszuführen, um den maximalen Erfolg zu erzielen. Dann gibt es verschiedene Zonen auf dem Spielfeld, wo der Finesse-Schuss sehr effektiv ist. Schaut euch dieses Schaubild an. Im roten Bereich sind Finesse-Schüsse anwendbar. Natürlich könnt ihr sie auch außerhalb der markierten Zone einsetzen, aber hier sind sie am effektivsten. Darüber hinaus habe ich euch drei Hotspots markiert. Zwei an den jeweiligen Ecken des Sechzehners und einen in der Mitte. Diese Hotspots sind sehr interessant und ich erkläre euch jetzt warum. Schauen wir uns mal den ersten Spot an. Wenn ihr hier den Ball habt, solltet ihr immer in die lange Ecke schießen. Im besten Fall benutzt ihr dazu einen Rechtsfuß, der von der linken Seite reinzieht. Dann könnt ihr mit dem starken Fuß in die lange Ecke abschließen und den Ball wunderschön um den Keeper schlenzen. Das gleiche gilt für die andere Seite, nur dass ihr hier am besten mit einem Linksfuß ins lange Eck schießt. Auch hier kann man den Effet des Balls nutzen, um am Torwart vorbeizuschießen. Dies erklärt auch, warum viele mit einem Rechtsfuß auf der linken Seite und mit einem Linksfuß auf der rechten Seite spielen. Dann haben wir noch den dritten Spot. Wenn ihr von hier einen Finesse-Schuss macht, empfehle ich euch folgendes. Macht ihr es mit einem Rechtsfuß, solltet ihr auch in die rechte Ecke des Tores schießen. Benutzt ihr einen Linksfuß, schießt in die linke Ecke. Der Grund ist simpel und erklärt auch, warum Finesse-Schüsse so effektiv sind. Ihr dreht den Ball einfach am Keeper vorbei, sodass es für ihn schwer ist, überhaupt an den Ball zu gelangen. Okay, soviel zu den Finesse-Schüssen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich würde mich sehr über ein Like freuen. Abonniert mich für weitere Videos und checkt mal meine Playlist aus. Vielleicht ist da ja noch was für euch dabei. Bis zum nächsten Mal, schönen Tag noch, macht's gut, tschüss!